Ich bin nicht so ein Monster, weißt du? Denn alles, was du im Gerichtssaal hörst, das ist nur... das ist verdreht, weißt du? Und so war das eigentlich nicht. Danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich, dass wir alle zusammen sind. Gleichzeitig ist es natürlich keine entspannte Situation. Das ist jetzt nicht ein Abendessen unter Freundinnen oder so, sondern das ist sozusagen unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Deswegen ist da so ein bisschen Druck drauf bei aller Freude. Und ich hoffe einfach, dass es ein spannender Abend wird. Wer Samuel war und was wir durchgemacht haben. Aber was Sie sagen, ist nur ein... Das ist nur ein...